Letztes Mal in Tales of Symphonia. Jetzt müssen wir mal gucken, ob wir hier jetzt... Ah, okay. Kann ich den denn gegebenenfalls mal irgendwo runterschmeißen oder so? Ja, und damit herzlich willkommen zurück in Tales of Symphonia. Beim letzten Mal sind wir hier durch den Hangar gelaufen und haben uns hier mit einigen gekloppt. Warum? Na, wir haben ein Passwort aus ihnen rausgeprügelt, welches uns wohl eine Tür geöffnet hat, die wir jetzt gerade suchen. Wir sind nämlich auf dem Weg, die Reads zu bekommen. Und müssen mal gucken, wie wir das erreichen jetzt. Ja, ich bin mir auch noch nicht ganz sicher, weil uns wurde gesagt, wir können damit zumindest mal nicht zurück in unsere Heimatwelt, aber wir können damit fliegen. Und die Frage ist jetzt halt, wo genau wollen und müssen wir eigentlich als nächstes hin? Und reicht uns das oder nicht? Ich bin hier aber auch falsch, ne? Oder? Ich glaube, ich bin hier falsch. Ich bin hier falsch. So, mal schauen, ne? Hier wollte ich eigentlich gar nicht hin, oder? Nee, nee, hier wollte ich gar nicht hin. Äh, warte mal. Also wir haben hier auf jeden Fall das Speichersiegel genutzt beim letzten Mal. Ähm, ist doch aber die falsche Tür, ne? Äh, wir müssten doch eigentlich... Genau, da hinten hin. Ein Drachenzahn. Blitzschwert. Blitzschwert? Ist das denn was für mich vielleicht? Nee, nur einen Drachenzahn habe ich, aber den können wir auch nutzen. Blitzschwert hier. Ja. Na dann. Aber es brachte uns jetzt nicht so richtig weiter. Hm. Ach, jedes Mal renne ich hier einfach los. Aber wirklich jedes Mal. Gut, aber... Hier, das bringt uns erstmal jetzt nicht so viel weiter. Ja, weiter nach rechts waren wir. Ich glaube, da waren wir aber schon, oder? Ja, ja. In dem Raum haben wir einen vermöbelt, der uns ein Passwort gegeben hat. Beziehungsweise einen Teil des Passworts. Das ist natürlich die Frage... Wo müssen wir jetzt hin? Hier hoch? Maybe? Nee, dann sind wir ja wieder hier. Das bringt ja jetzt eigentlich auch nix, oder? Nee, nicht wirklich. Seltsam. Riegel erhält Healer. Aha. Naja. Hier war ja auch nix, ne? So richtig. Oder? Können wir hier noch irgendwas? Auslösen vielleicht, oder so? Gibt's denn einen Geheimgang irgendwo? Hm. Na? Na? War wieder zu weit. Verdammt. Hier war ja auch nix, ne? Das waren ja nur... ...kleine Räume. ...kleine Räume. Hm? Not much of a specimen. No way! Ego time! Nurse! Ne, hier kann ich auch nichts wirklich machen. Jetzt lasst mich doch in Ruhe. Ihr habt doch sowieso keine Chance, warum ihr mich noch angreift. Gut, meine Fresser. Doch hier unten? Ne, ja. Ne, äh, tja, das ist eine gute Frage. Ach, Mensch, dass die auch jedes Mal respawnen. Meine Fresser. Ah, Titelstrahlender Ritter, ein strahlender Ritter ist der aber eigentlich nicht. Hm, naja, komm. Ich gucke jetzt nochmal hier hoch. Ist hier irgendwas aufgegangen? Irgendeine Tür oder so? Hm. Nicht wirklich. Das könnte man vielleicht noch brauchen, ich weiß es nicht. Okay, kurzen Erfahrungen gebracht. Ja, ja, wismar, wismar, wismar. Das Tor wurde entriegelt. Geht jetzt zum Hangar. Aber wo ist der Hangar? Ich kapier's nicht ganz. Ich kapier's nicht ganz. Janice hat einen Hexer bekommen. Oh ja, der ist aber gut. Hm. Sollte ich vielleicht auch nochmal hier eine Runde rumgehen? Wer weiß. Ach. Mensch, der sollte doch in eine andere Richtung gehen. Ich sollte vielleicht zum Verschieben nicht einen Stick verwenden, sondern eher das Steuerkreuz. Vielleicht sicherer. Doch, bin ich dämlich. Doch hier irgendwo? Irgendwas? Wie soll ich denn den ankriegen? Das haben wir uns ja schon mal gefragt. Ich erkenne hier halt auch beim besten Willen nicht so richtig, was ich machen soll. Da ist auch noch eine Truhe irgendwie, aber ich komme da nicht ran. Warum komme ich denn da nicht ran? Das gibt's doch gar nicht. Irgendwas muss ich noch übersehen. Warte mal, kann ich vielleicht? Oh, warte mal. An die Truhe komme ich auf jeden Fall. Oh, und da kriege ich doch auch meinen dritten Block hier, oder? Lass mal die Truhe aufmachen. Aqua Cape gefunden, ja. Aber ich kann, nee, ich kann nicht an die Truhe, äh, an die, an das Ding da ran. Wie soll ich denn da hinkommen? Wie soll ich denn da? Das nützt mir ja so nischt, ne? Eigentlich müsste ich irgendwie hier hinkommen auf Höhe von dem Ding und dann... Aber das ist ja nur der eine Aufzug hier, der bringt uns ja relativ wenig. Kann ich mir hier was zurecht schieben? Sieht aber jetzt auch spontan erstmal nicht so aus. Nützt mir das irgendwas, wenn ich eins davon hier rüberschiebe? Ich kann es da reinschieben, aber da habe ich ja nichts davon. Ach, warte mal. Ne, ich konnte ja nicht weit genug schießen, ne? Wenn ich von da oben... Ich müsste so n Ding nach oben transportieren. Dann könnte ich mir was hinbasteln. Das würde gehen. Da müsste ich halt eins hier drauf schieben. Aber... Ich komme da ja nicht rüber. bebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebe Hier unten drunter komme ich auch nicht hin. Na, nee. Und das hat mich hier eigentlich nur zu der Truhe gebracht. Schon komisch. Ich weiß nicht, was ich hier jetzt noch veranstalten soll. Ich meine, wenn ich einen von den Klötzen hochbringen könnte, dann ja dann. Dann wäre das alles was anderes. Aber so... Oh! Ehrlich! Ey, Leute, ihr könnt mich mal. Soll ich lieber mal beide mitnehmen? So zur Sicherheit. Schaden wird es wahrscheinlich nicht. Ach, komm schon. Das ist ein Schaden. Ahhhh, jetzt langsam gehen sie mir auf die Nerven her. So, ähm, ja, okay. Ahhhh, das hab ich mir jetzt anders vorgestellt. Ahhhh, das hab ich mir jetzt. Okay, das ist schon mal besser. Also ich kann mitfahren. Das macht es schon mal ein bisschen einfacher. Das heißt, ich muss wahrscheinlich doch zweimal fahren. Meine Fresse, dieses hin und her. Das hätten wir einfacher haben können, ne, glaub ich. Aber mal gucken, vielleicht reicht ja das eine schon, wir werden es gleich erfahren. Wenn ich mir das hier hinpacke, dann könnte die Entfernung reichen. Jaaaa, gut, okay. Passt. Gut, jetzt fahren wir hier nach oben. Wunderbar. Aha. Wie soll ich denn wieder an die Truhe rankommen? Okay, das tut nichts, aber da haben wir hier was, womit es was tut. wird, würde ich mal sagen, ein Strahlenschild. Für wen ist denn das? Jaaaa. Okay. Naja, von mir aus. Hä, abwärts? Okay, warum? Ach. Na, warte mal. Egal. Ja, ne, doch, klar. Ähm, stopp. Ich habe jetzt noch ein bisschen Problem. Genau, so, so. Jetzt diesen. Da komme ich erstmal an die Truhe hier. Ne Erfahrungsjammer, okay. Das bringt mich aber jetzt nur bedingt weiter. Denn ich will ja eigentlich zum Hangar. Ha. Müsst du irgendwie da rüber kommen, ne? Wie soll ich denn das wieder machen? Ich brüchte all. Ich glaube, ich habe schon verstanden. Hm? So, das ist da rüber. Ich weiß, ich mach's mir manchmal sehr kompliziert. Okay. Mit noch einem könnte ich die Truhe haben, aber ganz ehrlich, ich pfeif grad drauf. Okay. Code, die Macht des Mana ist das Fundament, äh, der Glanz des Lebens. Nicht korrekt. Das Licht des Mana ist der Glanz des Lebens. Wundervoll. Da war ich mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, aber es hat ja geklappt. So you've come, like moths to the flame. Äh, what? Hallöchen. Hallo? Do you ever say anything original? Scheinbar nicht. You gotta admit, that line is seriously cliche. Allerdings. I see your attitudes haven't changed, but your impudence ends here. Prepare to die. Bist du dir da sicher? I'll show you the difference of our strengths. Who? You're kidding me. So, erstmal bitte ein magisches Auge. Was, Teilung? Hm, nö. Magisches Auge. Och, naja, das hält sich ja in Grenzen. Das ist ein magisches Auge. Varian. Vibby Tigerwood. Tate? Vibby Tigerwood. Power. Vibby Tigerwood. Tate? Termaguard. Hier we go. Fireseal. Tempest. Moton. Krista. Move. Tate? Ey, ey, ey. Okay, ganz so leicht wird es dann doch nicht, wie es aussieht, aber wir kriegen das schon hin. Wir bräuchten aber für ihn auch nochmal ein magisches Auge, glaube ich. Okay, er ist auch nicht viel besser. Ja, die kriegen wir auf der Reihe, denke ich. Ja. Ich hätte jetzt gern mal so ein Wundergel. Ach komm schon. Oh, warte mal, stopp. Äh, Wasser des Lebens, auf Reini. Alter. Alter. Geh vorsichtig! Thunder-Explosion! Die Tiger-Blade! Ready? Sorry, Dad. Die Terrorismus! Okay, komm. Ganz ruhig. So, den haben wir bald. Und bei dem ist noch ein bisschen mehr übrig, schnell gut. Are you kidding me? Bist du bereit? Tate! Die Tiger-Blade! Die Terrorismus! Oh! Leidenschaften-Best! Na also! So, jetzt kriegst du hier einen Rest. Thunder-Explosion! Boah, was war denn das? Leidenschaften-Best! Tate! Help is on the right! Thunder-Blade! Tate! 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 Indignation! Alter! You're gonna be kidding me! Ähm... Untergehe... Vielleicht auf... ... ... ... ... Okay! Dann kann wenigstens weiter geheilt werden. Das ist schon gut so. Tate! Thunder-Explosion! Ich war nicht stark genug. Hilfe ist auf der Weg. So, Sheena, gib mir mal bitte ein Wasser des Lebens. Gut, dass wir genug Items dabei haben. Der Typ hat aber auch eine Reichweite, Alter. Aber das war's trotzdem. Aber auf jeden Fall ordentlich Erfahrung. Und für Rainy den Zettel Professor. Für ihn hier, wo der Name jetzt gerade weg ist, Riegel. Ähm, den Kampfkünstler. Na, ist doch was. Impossible. Wie kann ich es verlieren? Lloyd, du bist Ex-Sphere. Ich denke, dass es wirklich evolviert wird. Meine Ex-Sphere? Was ist das schlafen? Lloyd, jetzt ist unsere Chance. Let's take the Reards, now! Ja. Die andere Möglichkeit werden wir nicht haben. Dann besser war die Chance nie. Und erneut fliegen wir davon. Sir, this earthquake. Could a Manorlink have been broken? Possibly. Investigate the cause of this earthquake. Immediately. Okay. Eine Mana-Verbindung gebrochen. Zwischen den Welten? Aber das war uns doch klar. Wieso soll das Erdbeben dann jetzt erst kommen? What shall we do about the Reards? It doesn't matter. Let them go. Our little friend can tell us where they are at any time. Okay. Okay. Durch Drücken von B kannst du im Gelände auf die Reards aufsteigen. Okay. Aha. Okay, also können wir uns mit den Dingern jetzt auch frei bewegen, oder was? Ja, cool. Oh, das lässt sich aber schon besser steuern. Die Frage ist nur, wo ist unser Ziel? Irgendwo hier, maybe? Okay. 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 Was ist denn das denn für ein Turm, Alter? Da waren wir doch noch gar nicht, oder? Aber. Ich schalte eben kurz auf, was ich kann, speichern? Echt? Okay. Warum? Seit wann? Naja, gut. Ähm, ba-bam, System. Wir schalten kurz um auf Japanisch und hören uns den Skit an. Ich bin ein Ränergade. Was? Was ist das denn? Liebe und勇気! Das ist doch nicht so, dass Leagler so etwas zu denken. So etwas zu denken? Ich sehe es schon. Aber interessant. Kann doch bestimmt hier landen, oder? Was ist, wenn ich da jetzt hinlaufe? Ah, ja, hier geht noch nichts. Verstehe. Gut, wo müssen wir denn jetzt eigentlich hin? Der leuchtende Vogel. Lloyd und die anderen treffen auf einen Zoologen, der mit seiner Familie die Welt bereist. Er ist auf der Suche nach, nee, Colettes Rettung. Dank der Rehats können Lloyd und die anderen nun den östlichen Himmel über Tethiala nach Rowdile und Colette absuchen. Den östlichen Himmel, ha? Da rechts. Sagt das doch gleich. Oh, was haben wir denn hier? Oh, was haben wir denn hier? Wir haben endlich dich gefunden. Colette! Alter! Also, die Zelle ist ja wohl mal absolut nicht menschenwürdig. Nein, Lloyd! Bleib weg! Es ist eine Verlust! Ist mir scheißegal, ich hole dich da trotzdem raus. Da können sie fallen, wie sie wollen. Was? Du betrachtest, um mich zu benutzen. Lass Colette weg! Oh! Eine Illusion? War doch irgendwie klar, oder? Du kannst das werktlos gewählt haben. Wertlos? Du bezeichnest Colette als wertlos? Jetzt verstehe ich, weil Lord Eugdrasiel sie allein verlassen hat. Wertlos? Absolut. Eine sinnvolle, 選ung wie das, ist komplett für meine Manacanone. Warte mal, du bastest in eine Manacanone, ja? Das haben wir jetzt rausgehört. Aber wieso sündig? Was hat sie denn gemacht? Weil sie gekämpft hat, oder? Ich meine... Hä? Sie kann nicht Sie kann nicht mit Martell verändern. sie sogar hat ihre Freunde in danger. Was ein Pathetisch chosen. Stop blaming Colette für Dinge sie nicht getan hat. Indeed. Es ist genug, dass ich allein bear sind. Du und ich sind die Epitome von Sin. Ich schreibe dich runter zu hell mit mir. Geh mich zu hell? Du inferiorer beings und deine schuldigen Schönen. Alle, bitte rüber! Nee, vergiss es, Colette. Jetzt, meine herrlichen Pets, füllen auf die Flasch Schuppies wretched Peehies. Hier speist überhaupt keiner. Don't try to fight them. Run! Winged dragon, a subspecies of dragon, carnivorous, excels at the pursuit and capture of the probability of successful evasion on this small platform is 1%. Give me a break. I'll pass und dying. Thanks. All we have to do is defeat them before they can kill us. Indeed. I have no intention of becoming a part of the food chain without a fight. Sehr gut. Sind wir uns doch einig. Alter, gehen die ab. Uiuiuiuiuiuiuiui. Thank you. I summon you. Come, Bolt! meh. I want to go, get in my way. Warte mal. Ganz ruhig, ganz ruhig, ganz ruhig. Was machen wir denn jetzt? Resurrection. I'm sorry. Fuck. Ich brauche mal eben ein magisches Auge. Ich will mal wissen, womit ich sie Oh, was bist denn du? Schwingendrache und zweimal Babydrache. Was haben die Babydrachen zu bieten? There. Okay, das geht aber noch. Die sollten wir auf jeden Fall als erstes mit rausnehmen. No way this soul from purgatory Resurrection. How impossible. Alter. Jetzt reicht's aber. Ich gönne mir mal ein Wundergel. There. No way. Ha! 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 Und wir brauchen auf jeden Fall ein Wasser des Lebens für Rainy. Oh, das war knapp. Und du gibst mir mal ein Wasser des Lebens. Be careful. No way! You okay? Bring back das von Purgatory Resurrection! Okay, sie holt jetzt... Okay, alles klar, gut. Ähm, dann geben wir Rainy gleich noch ein Wundergel. Oh, scheiße! Ah, Wasser des Lebens. und jetzt ein Wundergel. hier! Beautiful! Hit! Ich muss versuchen. Uh, es... ähm... Du gehst in meinen Weg. Geh nicht überraschend dich. Bringt diese Seele zurück in die Purgatoren. Resurrection. Ich habe dich. Nein, nein. Alter. Ich weiß nicht, ob wir das hinkriegen können. Beide auf. Nein, nein. Ich bin nicht stark genug. Aber wir müssten eigentlich, ne? Theoretisch. Nurse. Du gehst in meinen Weg. Weil Schaden machen wir ja eigentlich ganz gut. Und solange wir uns verteidigen, nehmen wir jetzt auch nicht so viel Schaden. Keine Chance. Mutant. Okay, den einen sind wir gleich los. Gut, sehr schön. Je weniger es werden, desto besser. Wir brauchen aber für Regal auf jeden Fall mal so ein Ananas-Scale. So, bei ihm wissen wir es jetzt gar nicht, wie viel da noch übrig ist. Hallo? Geht doch nicht in die falsche Richtung, Leute. Was soll denn das? Okay, 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 okay. Jetzt können wir noch mal ganz in Ruhe ein magisches Auge auf den Kollegen knallen. Okay. 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 Are you okay? First aid. No way. Kealer. Hunting beast. Help is on the way. Nurse. No way. Okay, ja, ja. Eins nach dem anderen. Ganz ruhig. Ready? Nurse. Okay, jetzt wo man die kleinen los sind, läuft es aber. Das geht. Und da haben wir zwischen den Angriffen auch genug Zeit, uns wieder zu heilen zur Not. Also, das ist relativ problemlos. Wir müssen nur dafür sorgen, dass Rheini immer schön weitermachen kann hier. Ach, shit. Ja, ach, den haben wir doch gleich. Und da mache ich mir solche Sorgen. Na also. Ach, da habe ich sonst was gedacht, was jetzt kommt. Der Anfang war ein bisschen holprig, durch das wir alle gleich immer von allen Seiten gleichzeitig aufs Maul bekommen haben. Aber dann ging es ja. Nein, es ist zu spät. Was? Was ist zu spät? Vergiss es. Hier ist nichts zu spät. Was ist das Ominous Light that threatens to engulf us? Ah, ich kann nicht move. Es ist Colette. Die Mana von Colette ist fliegt nach uns. Es ist verletzt durch die Magik-Circle, hinter sie. Colette, weg von da! Ich kann nicht. Ich bin schädet mit dem, ich kann nicht move. Ich bin sorry. Ich bin nur eine Chosen, die nicht sogar sehen können. Freunde, wenigstens die Welt. Ach, komm. Vielleicht bin ich, wie Rodile gesagt hat, ein pathetischer Chosen. Nein, bist du nicht. Nein, Colette. Nicht verletzen dich. Du hast nichts falsch gemacht. Was falsch ist das System, das die Verkaufung der Chosen braucht. Wir sollten uns da nicht zu viele Gedanken drüber machen, sondern auf unsere Rehards springen und abhauen. Wir sollten uns da nicht zu viele Gedanken drüber machen, sondern auf unsere Rehards springen und abhauen. Nicht jetzt, Colette. Wir müssen erst mal verschwinden. Und da schwebt sie davon, schnapp sich bitte jemand Prisea. Das ist eine sehr gute Frage. Er hat gesagt, er brauchte einen kruciusen Krystal, um das Manacanon zu kontrollieren. Oh, interessant. Jetzt müsste man noch herausfinden, warum ist das so? Pietro, the man we saved in Haima, also spoke of this Manacanon. Ja. Prisea's waking up! Alles okay bei dir? Are you okay? Die wichtigere Frage ist, bist du in Ordnung? Yes, thanks to you. Prisea smiled! She resembles her. Just as I thought. Okay then. Now that my cute little Prisea smiled. Ugh, bitte. Überleg dir jetzt gut, was du raushaust. It's a good time to start thinking about the next step. Yeah, we got Colette back, so what now? What else? We're going to separate the two worlds. So we're going to form Pacts with the Summon Spirits of both worlds. Das scheint das Ziel zu sein, ja. Well, this is where I come in, right? How about we start with the Summon Spirit, no? Okay, ja. Da du diejenige bist, die diese Pakte schließen muss, überlasse ich dir das. He should be near here. Alright, that sounds good. Professor, is that okay with you? What? Um, yes, sure, that's fine. Stimmt was nicht? Professor, is something wrong? Called it. It's nothing. Anyway, let's get going. Colette hat sich wieder angeschlossen. Wundervoll. Tja. So ist das. Der Eindruck kann täuschen. Und das hören wir uns gleich an. Tja. 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 Ich weiß es, du! Das ist falsch! Bleibt gesund, das ist das Wichtigste. Ich bin jetzt erstmal raus hier. Bis dahin, haut rein!